Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir wollen das Konzert am Ende des Schuljahres bei uns bleiben. Ein Lehrerwechsel wäre nicht gut. Ich möchte jetzt anfangen. Geht so etwas friedlicher, bitte? Die schaffen es nicht mal, sich eine Minute lang zu konzentrieren. Stopp, 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 aufhören! Wir können sie nicht dazu zwingen, etwas zu lernen. Was hast du hier verloren? Ich wollte auch nur die Geige sehen. Warum? Willst du Geige lernen? Ja. Wäre ein Schüler mehr für sie in Ordnung? Wenn er motiviert ist, klar, warum nicht? Ich wurde gefragt, ob ich für drei Monate mit auf Tournee gehe. Du hast zugesagt, dass du sie bis zum Konzert begleitest. Ich habe mich noch nicht entschieden. Arnold ist begabt. Er ist wie geschaffen für die Musik. Stopp, stopp, stopp! Du drückst viel zu fest. Ihr müsst alles geben. Macht eure Eltern stolz. Eins, zwei, drei, vier, ja! Ist dein Konzert gut gelaufen? Weißt du, ich arbeite momentan mit Kindern. Und das macht mich viel glücklicher. Ich weiß, dass ihr es schafft. Ich zähl auf euch, okay? Ich weiß, wie sehr, was essticket hat. Ich Liebe begleiten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020